Musik Moin Moin, hier ist wieder euer OrcaEvergreen Ohoho, was haben wir denn da? Den ganz Dicken Ja, das hier wird wahrscheinlich der letzte Part sein Ähm... Wahrscheinlich Dazu dann aber am Ende mehr Äh, ich glaube, ich hab immer noch meinen Buggy-Raketenwerfer vom letzten Mal Äh, na, okay, ich hab jetzt drei Schuss wieder, aber Ich hoffe nicht, dass der jetzt wieder rumspackt, dass er Dass er nicht weggeworfen wird und ich also keinen neuen nehmen kann, aber Eigentlich ist das auch ein Wurschtespflichtender, na, egal Irgendwelche Kanonen soll ich wegdürzen Oh, nein, das ist tatsächlich direkt nochmal Der gleiche Mist, ah, okay Und bam, okay Und bitte lass mich es nutzen können Nein, kann ich natürlich nicht Bam, noch ein und Kabu Okay, Psycho, bring her in as close as you can get So Äh, ja Skarmony, ich nehme sie einfach mal, ich brauch sie nicht, aber Aber gut, ähm Ach ja, genau Ähm, jetzt sind noch diese Viecher hier, genau Die Wah, Junge Ich hasse sie Okay, der fällt Und der auch, das ist schön So, hast du es jetzt, hast du den Arm, ja Oh, schmerzhaft So Bam So viel Zum Ersten Okay Sie ist dabei, den Zweiten auch in die Luft zu jagen, beziehungsweise den Schild zu Verschwinden zu lassen Und ja, ich bin wieder dabei, meine Lieblingsarbeit zu verrichten, nämlich diese Viecher von Höhe zu schießen Ach, Kinder, endlich Ja, das war schmerzhaft Bam So Zwei weniger Was ich jetzt versuchen werde, ist Mordsgefährlich Ach so, Spiel ist schon gespeichert, gut Was ich versuchen werde Ist ihm hier einen Weg rein zu jagen Während da noch die Sachen rauskommen Mach schon Los, 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 los Ja Bam Nein, verdammt Hat nicht geklappt Oh, verdammt Richtig, die hatte ich ganz vergessen Na ja Ach, ich mag die Viecher nicht Aber Was soll ich dagegen tun Ja So, das war eben ein guter Schuss Kann ich ihm den Nuke direkt reinjagen Und ich sollte jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, mich irgendwie verpissen Na komm Dann nehmt mich auch auf, Jungs Bravo Oh, Junge Da fliegen die Wrackteile Ja, ich renne doch schon, Mädel Hä? Ja, okay Das war jetzt gerade Epic Fail Egal Das Teil kracht hier jetzt schön ein Oh, los, zieh Ja, schöne Sache Werden wir noch untergepflügt? Ich tippe auf Auf, auf, nein Na, okay So Ähm Ja Das macht jetzt hier noch kräftig Bumm Huh, Silvester Ja Mit dem starken Arm Hält er sie Fest Oh Was ist denn das da? Ja, Tür zu Warum macht er die Tür nicht zu? Egal Was macht das Vieh da? Egal Wichtig ist nur Wir haben gewonnen Oh ja, das haben wir Schöne Endszene Und noch bessere Musik dazu Was ist denn das? Ja Das ist Das heißt Das ist 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 Er ist hier? Hey, kicke ihn mit dem Geräusch, ich meine... Es sieht aus, als ob er in der Strecke ist. Schau an seine Position. Geh zurück. Ja, Credits. Okay, ähm, ja, an dieser Stelle bedanke ich mich erstmal beim Crysis-Team, Crytek, bei den Yellys, dass die dieses Spiel überhaupt gemacht haben. Aber was eigentlich noch wichtiger ist, an dieser Stelle darf ich jetzt zum ersten Mal sagen, ich habe ein komplettes Let's Rock abgeschlossen, nämlich Crysis. Äh, ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn das hier der erste Part ist, den ihr seht, ähm, schaut euch die anderen davor auch an. Vor allem, wenn es euch gefällt, ich meine, das unterstützt unseren Kanal ja, Game Rock'n'Rollers. Und außerdem, wenn euch dieser Part gefallen hat, werden euch die anderen garantiert auch Spaß machen. Ja, ich habe es geschafft, soweit. Und wenn ihr das seht, sind eh alle Parts hochgeladen. Das heißt, dann wird auf unserem Kanal auch schon etwas geändert sein, nämlich in der Über-uns-Ecke, eigentlich über mich, äh, also so heißt sie, wird dann bei abgeschlossenen Projekte Crysis stehen. So viel dazu. Ähm, ja, schaut auch in Zukunft weiter auf unseren Kanal. Äh, wenn das jetzt schon Monate her sein sollte, dass der, der es hier guckt, der, dass der, wach, sollte es schon Monate her sein, dass ich diesen Part hochgeladen habe. Also, ignoriert einfach, was ich gesagt habe und geht zu unseren neuen Projekten, neueren Projekten über. Mittlerweile sollten da schon einige Sachen nachgekommen sein. Also, bis dann und tschüss. Orca Evergreen sagt, auf Wiedersehen.